So, hier sind wir wieder. Willkommen bei Cry of Fear, Folge 3. Fakt jetzt an. Schön. Ja, ich hab mich jetzt nochmal durch das ganze Ding hier durchgekämpft und ich bin jetzt wieder vor der Tür, wo wir letztes Mal waren. Und da hauen wir wieder gegen. Ich hab das Licht, hab ich jetzt ein bisschen noch anders eingestellt. Der Sound, habt ihr gesagt, war okay. Danke für das große Feedback. Und bevor wir hier jetzt weitermachen, möchte ich euch erstmal eine Sache zeigen. Das erscheint jetzt auf dem Bildschirm. Ihr seht jetzt wahrscheinlich dieses dumme Bild, wo eine mysteriöse Figur drauf ist. Ja, und das ist das Viech, das kurz aufgeblitzt ist, als dieses Gewitter losgegangen ist, kurz bevor wir diesen Computer hacken mussten. Ja, das wollt ihr euch nochmal zeigen. Mr. Naru LP war es gewesen, der hat mir nochmal ein Bild davon geschickt, wie das denn genau aussah. Und ihr seht, da ist ein Viech mit einer Kettensäge. Und ich bin Chainsaw Man. Und das wird dann wohl ein Chainsaw Man vs. Chainsaw Man Fight. Ja, das wollt ihr nochmal zeigen. Und jetzt gehen wir durch diese Tür und der Code war, glaube ich, 2831, bin ich mir ganz sicher. Und das ist offensichtlich sehr. Also hier, alle haben es mir geschickt. Danke dafür. Bei Quick Select kann man einstellen, welche Waffen man da haben möchte. Und wenn man zwei Tasten auf einmal drückt, dann kann man diese Sachen dann auch gleichzeitig aussehen. Heißt, man kann so zweithändig damit umgehen. Was ich sehr, sehr cool finde. Danke für den Tipp bei allen Leuten, die mir das geschickt haben. Und Soundwind LP hat mir noch das mit den Speichern erklärt. Ich musste jetzt erstmal Steam auf Englisch umstellen, damit das mit dem Speichern richtig funktioniert. Denn hier hinter soll gleich angeblich ein Speicherpunkt sein. Und das schauen wir uns dann gleich mal an. Gut. Wir haben jetzt 21 auf 35. 25.02.2012. Also 2831. Okay, 2831. Und ja. Ich will ja gucken uns das jetzt mal an. Das ist ja alles per Zufall eingestellt. Auch musste ich diesmal ein anderes Passwort eingeben beim PC. Dora PC muss ich eingeben. Und das Passwort war Jill & David oder so. 2831 war das, ne? Ja, okay. Ich finde... Ja gut, die Tür ist zu. Ich bin alleine zu Hause. Ich habe auch echt Schiss. Also ich weiß nicht. Ich hasse dieses Spiel. Okay, jetzt sind wir hier. Ja, hier ist der erste Speicherpunkt. Du kannst put up three items in your Quick Slots. Ja, das wird mir jetzt erklärt. Ja, dann gehen wir nochmal... Ist das dieser Speicherpunkt? If you press one, you will quit in the first slot. Blablabla. Und so weiter und so fort. Und ich habe Angst vor diesem Licht hier. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es manchmal gruseliger ist, wenn man langsam durch Ecken geht. Als wenn... Als wenn man schnell durch Ecken geht. Ja, da hinten ist noch das Fensterwissen auf und das ist genauso unangenehm. Ich habe so eine Angst! Ey, das ist nicht schön! Oh mein Gott, so don't want punch! Okay, nicht durchdrehen. Das ist nur eine Tür. Ja! Okay, okay. Ähm, 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 ja. Also, ne? Ihr wisst ja. Okay. Von mir aus, mach die Tür halt zu. Mach die Tür halt zu. Okay. Nein. Wir machen jetzt weiter hier mit diesem lustigen Spielchen und wir... Das war überraschend. Buh. Danke, Otze. Schlechter Moment. Look to the right. Was ist denn rechts? Die Tür geht auf! Mysterious! Fick dich! Ich mach... Okay, ich mach die Tür auf. Ich fick euch! Fick euch sowas von... Du kannst dir wieder eine Indikation mit einem Tape-Rekorder... Ich hätte mir den Ding ge... Ich hätte mir den Ding ge... Du solltest 5-5-Virtual-Safes für Multiple-Playthroughs. Hör, was ist das Ding tun? Es sieht aus wie ein altes Tape-Rekorder. Ich sollte hier meine Gedanken und Erfahrungen rechnen. Okay. Erster Speicherpunkt. Safe in Progress. Ja, gut. Hat er gespeichert. Wir haben unseren Scheiß hier eingeredet und jetzt geht's weiter. Okay. Machen wir mal weiter hier, ne? Wo wir jetzt hier gleich sterben. Das war schon vorhin Willi-Detect-With-Your-Weapon. Ja. Danke für den tollen Tipp. Dankeschön. Okay, das heißt... Wo ist das? Wann ist das? Wieso passiert das? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Haaa! Oh mein Gott, oh mein Gott Fick ich, haupte auf zu spacken, ich spack mich ab, nein, Hammerman, ich bin Hammerman Hör, haupte auf zu spacken, okay Ich weiß nicht, wer er war Oh mein Gott, die Leiche ist weg, ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier immer sein, okay, ähm, kleiner Schnitt, okay, kleiner Schnitt, bis gleich Okay, wir sind wieder da, ich hab mich beruhigt, dieser erste Feinkontakt ist schon okay gewesen, keine Sorge Keine Sorge, mir geht's gut Stop, 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 geh zurück, da liegt was Halt, 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 halt Ein Siren, okay, ich schätze mal, das ist eine Spritze, wenn wir uns heilen können Kann ich mir gut vorstellen, ich hasse es, wenn mein Leiter so runtergehen muss, man weiß nie, was auf einen zukommt Okay, ein bisschen Helligkeit Ein bisschen Helligkeit, oh Na ja, Suchti, ja, du musst so süchtig zu sein, hä, du denkst, nur weil du süchtig bist, kannst du gewinnen, hä, nur weil du süchtig bist Okay, bleib ruhig, bleib ruhig, Kollege, bist du eigentlich schnell? Zeig mir, wie schnell du bist Ah, okay, so schnell bist du, Guy Ich höre jetzt auf damit Okay, okay Okay, wir machen mal das Fenster zu, bevor hier die ganze Nachbarschaft unterhalten mit meiner Runkelschrei Geht ja gar nicht, so, weiter geht's Ähm, ja, Mr. Zombie Was sagen sie dazu, dass sie tot sind? Ja, also ich hab darüber nachgedacht, wie lustig das eigentlich ist, wenn man tot ist Also, so ein Zombie sein, ist ja eigentlich sowas lustiges Aber ich dachte mir, würde ich mit dem Hammerfucker, dann ist das keinem so schlimm Aber ein Zombie, unser Zombie sagt doch gar kein Spaß Und ein Zombie Okay Chaotic Wolf, sag ich nur Chaotic Wolf Okay Dummer 4-Effekt Da, ich kommt ein kleines Mädchen und erschreckt mich Doch nicht Oh, guck mal, das ist ein Speicherpunkt Das ist aber nett Okay, haben wir hier noch mehr? Nee, hier ist nichts Okay Das sind Zombies, das hab ich jetzt schon mal überwunden Wir haben den ersten Freikontakt gehabt Mir geht's jetzt besser Okay, das muss sein, es tut mir echt leid Okay, wollen wir gucken Diese Musik macht mich verrückt Weiß ich, was wir noch haben, so Double Cap Key Ja, ich weiß, ich weiß Okay, wir haben zwei Richtungen Wir haben zwei verdammte Richtungen Hallo, Zombie Okay, das sind Zombie Und, ähm, er wird uns versuchen zu töten Das machen Zombies nun mal so Und die haben noch nicht so ganz verstanden, dass ich der Stärker von uns beiden bin Und die haben ganz schön süchtige Augen Wieso sind die halt so süchtig? Hattet ihr irgendwie zu viel Cola getrunken? Cola ist nicht gut für euch Da ist ganz schön viel Koffein drin, weißt du das? Ah, ich hab süchtige Augen Oh mein Gott Ähm, verschwindest du auch einfach wieder? Ich weiß es nicht Vielleicht 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 auch nicht Okay Vielleicht hab ich einfach nur kein Blut Ja gut, das ist dann einfach so Ja, muss ich jetzt halt Ohne Blut leben Dann spacken die Viecher einfach so ein bisschen ab Soll ja, wollen wir auch so sein Ne, die haben Blut Guck mal, die bluten genug Und die haben ein bisschen Blut Ah, guck mal Da war wieder was Guck mal Ah, hab mich so aus Nur was, weiter Ah, ja Bin süchtig Wirh, häh, häh Moaan Hau ich da mit Okay, wie kann ich so eine Spritze nehmen? Okay Okay, äh, resource helps Full Too much can be dangerous Okay, ähm Benutz mir einfach mal Oh, yeah Oh, yeah Ich spritz mir gerne was Oh, ja Strong stuff Be careful Okay, alles klar Alles klar Uns geht's jetzt besser Bestimmt, können wir so ein Anfall Wenn wir nicht zu viel davon nehmen oder sowas. Aber diese Zombies sind gar nicht so schlimm. Aber die verschwinden einfach so ohne Grund. Ihr seid doch lustig. Ihr seid doch lustige Zombies. Euch mag ich irgendwie. Irgendwie seid ihr gar nicht so gruselig. Sondern die schmacken einfach nur ab. Die machen einfach nur... Oh mein Gott! Fick dich! Gerade wo ich davon rede, kommst du einfach um den Ekel dran. Du scheißvieh! Bist du denn beswarzen? Bist du denn bescheuert oder was? Fick dich weg! Die Attaschenlampe! Ich rede gerade davon! Ja, so gruselig sind sie gar nicht! Und auf einmal kommt da so eine scheiße Person her. Oh mein Gott! Okay. Fick dich, Zombie! Fick dich! Fick dich quer! Okay, ich mag es, wenn... Eigentlich mag ich es echt gerne, wenn Türen aufgehen und sowas. Wisst ihr, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Aber ich finde es schlimm, wenn auf einmal Zombies um die Ecke auftauchen und einen töten wollen. Okay. Soll machst du das nicht nochmal? Weißt du, dass du kriegst, wenn ich ihn nicht nochmal... Nächstes Mal kriegt ihr mich nicht nochmal. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Wir sind, glaube ich, weiter draußen. Okay. Please, help me. Help, please help. They are coming. I'm inside the apartment. Hurry. Wow. Also krieg ich schon wieder die ganze Zeit irgendwelche mysteriösen E-Mails in diesem Spiel, ey, denen Folge leisten soll. Ich glaube, es hackt doch. Ja, jetzt kommt wieder Creed's Climbing oder was? Ich glaube, ihr könnt nicht alle mal... Ich glaube... Hallo? Ähm. Hänge ich hier fest? Scheiben mir fast so. Ja, ich hänge fest. Toll. Toll gemachtes Spiel. Wisst ihr was? Das ist mir sowas noch egal. SV Sheets. Das würde ich gerne mal anmachen. Für den Moment nur. Okay. Darf ich Noclip benutzen? Das wäre exakt... Das wäre super. Darf ich aber nicht. Scheiße. Ähm. Das ist jetzt kacke, weil jetzt hänge ich hier fest und ich komme hier nicht weg. Ja, dann muss ich das nochmal neu laden. Lässt dich wohl nicht anders machen. Aber das ist jetzt Version 1.0. Da kann sowas vorkommen. Heißt... Ich muss da jetzt nochmal durchspielen. Geht ja ganz schnell. Okay. Ich hoffe... Ja gut, wir müssen da einmal schnell wieder durchrennen und dann geht das schon. Ja, meistens haben wir da ja schon getötet gehabt. So. Machen wir mal weiter. So. Wollen wir mal. So, da kommt der erste Heini. Hallo. So, du warst ja gar nicht so schlimm gewesen. Ja, du spackst ein bisschen ab. Ihr könnt aber lustige Sachen mit euren Armen machen. Und jetzt hier mal gucken, ob diese eine Stelle da getriggert gewesen ist. Oh, wieso haut er jetzt? Boah, bist ja furchtbar, ey. Oh, das ist der nächste. Oh, yeah. Ich mach Muskeltraining. Wow. Yeah. Ich hau die mit meinem Hammer. Okay. Kannst du bitte damit aufhören, so abzuspacken? Ja. Ich bin Freddy Krieger. Ja. Ich kann das voll gut. Yeah. Hier ist er auch damit. So, jetzt kommt der Suchtigleiter, der um die Ecke gesprungen kommt. Alter, ist das so gedacht, ne? Ja, das ist so gedacht. Gut, das dachte mir doch. Erstmal hast du ihn gekriegt, aber zweit mal nicht hier, Mr. Heini. Kopf mit Hammern. Wieso habt ihr euch alle einen Hammer in der Hand? Wieso habt ihr Hammer? Wieso habt ihr Hammer? Wieso habt ihr Hammer? Wieso habt ihr Hammer? Okay. Tot bist du? Und jetzt, oh, das ist strong stuff. Mach ich jetzt wieder, oh yeah. Und oh, strong stuff. Oh yeah. Okay, nice stuff. Sollte es so sein. Wir machen das mal. So, ich weiß, da geht jetzt das auf. Ist ganz toll. Und wir können hier langrennen. Gut. Wenn wir wieder da, wo wir eben sind. Geht noch ganz fix. So, und jetzt müssen wir auffassen. Ja, ich weiß. Please help. I'm gay. Okay. Ihr müsst nicht so auffassen, dass wir da nicht runterfallen, weil da kommen wir dann auch sonst nicht wieder weg. Ähm. Denn ich sehe da eine Leiter. Heißt, ich muss da irgendwie erst mal hochkommen. An die Leiter. So, da kam ich lang. Okay. Dann macht das noch Sinn. Ich dachte, ich könnte nicht auf den Balkon gehen. Aber es geht anscheinend doch. Ja gut. Dann klettern wir mal hier hoch. Und wir hoffen mal, dass kein Zombie kommt uns jetzt zu erschrecken. Das wäre ja echt unfair. Das ist ja unglaublich hier. Oh mein Gott. So. Ähm. Ach ja, Leiter kann man so benutzen. Ich hab's vergessen. Und jetzt kommt gleich ein Zombie. Ich habe immer Angst davor.